Musik Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Lego Star Wars, die Skywalker Saga. So, ich bin jetzt hier im Senatsbezirk und hier vor mir ist auch der Senator. Oh, zum Senat, ja. Okay, das ist aber mega blöd gemacht eigentlich. Na gut, okay, nicht so schlimm, muss ich jetzt mit ihm reden? Ja, muss ich. Es ist eine Freude, euch lebendig zu sehen, euer Majestät. Die Nachrichtensperre der Föderation hat uns sehr beunruhigt. Darum bin ich begierig, von der Situation auf Naboo zu erfahren. Eure Hoheit, würdet ihr mich bitte zum Senat begleiten, um die Angelegenheit weiter zu besprechen? Ja, machen wir, machen wir. Kann die nicht rennen. Ja, bei dem könnte ich aber auch nicht... Der oberste Kanzler Valorum hat eine Sondersitzung des Senats einberufen, um die Situation auf Naboo zu besprechen. Ist doch ein Stein tatsächlich... Obwohl, er hat nur wenig wirkliche Macht und es ist unwahrscheinlich, dass sich der Senat gegen die Invasion stellt. Wundervoll, ihr seid so... Es wäre das Beste, wenn Ihre Majestät auf die Wahl eines neuen obersten Kanzlers drängte, der die Kontrolle übernehmen und Gerechtigkeit verschaffen kann. Willkommen im Senatsbezug. Ja, da freut ihr euch, hä? Haha, sehr gut. Ja, ich komme, Senator Palpentin. Moment. Was machen wir? Ach so. Ach so, ach so. Wundervoll, ihr seid zurück. Wo war ich? Keine Ahnung, ich habe nicht zugehört, Mister. So. Der Automat ist kaputt, Lady. Ach so, wir sind da. Was? Wo? Diese Transporter bringen uns zum Senatsgebäude. Ich habe dort noch einiges zu erledigen und werde nun aufbrechen. Okay. Wenn ihr bereit seid, kommt in mein Büro und wir gehen zusammen zu der Sitzung. Alles klar. Ja, bis dahin. Bis dahin. Was ist das denn? Ach so, kann man rauffrauen. Alles klar. Ich kann euch überall hinbringen. Ja, okay. Ich muss mal, äh, wohin? Zum Senatsgebäude. Wollen wir dann mal los? Äh, ja. Wollen wir. Dankeschön. Ich werde dir unterwegs nicht überfallen. Ach, super. Ah, okay. Die ist einfach ausgestiegen. Alles klar. Sag mal, meine Lieben, wo ist denn eigentlich der Jedi-Tempel? War der nicht hier irgendwo? Erstmal wieder alles zerstören. Okay. So, dann gehen wir mal rein, ne? Wollen wir ein bisschen was von der Story sehen? Aber gut ist es hier echt schon gemacht, Leute. Auf jeden Fall. So, komm, renn mal schneller mit deinem Kleid hier. Ah, da seid ihr ja. Seid ihr bereit für die Sitzung? Nee, noch nicht, noch nicht. Ich muss erstmal hier alles... Ich wollte gerade sagen, geht das nicht? Erstmal hier so ein bisschen was putt machen, ne? Das gehört ja hier zu... ...zu einem guten Ton. Meine Güte. Aber sie hat auch keine Waffen. Warum auch, ne? Sie ist ja Königin Amidala. Okay. Oh, Entschuldigung. Anakin, wenn du frech wirst, ne? Hast du gesehen, ja? Kriegst du eins auf die Hand. Kann man das auch? Nee, kann man nicht. Kann man das hier? Tatsächlich. Ach ja, immer diese Selbstportraits, ne? Schlimm, schlimm. Wer hat denn da jetzt so gelacht? Ist ja unfassbar. So, wartet. Entschuldigung. Ja, du stehst doch nicht im Weg. Alle sind sie schuld, nur ich nicht. Wie immer halt, ne? So, wollen wir? Ja. U-Tin-Utini. U-Tin-Utini. Ah, U-Tin-Utini. Wir müssen sofort etwas unternehmen, um die Föderation aufzuhalten. Ruhe im Saal! Ruhe! Ehrenwerte Vertreter der Republik. Hiermit stelle ich einen Misstrauensantrag gegen den Vorsitzenden Kanzler Valorum. Ruhe im Saal! Ruhe! 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 Ich habe beschlossen, nach Nabu zurückzukehren. Bitte, euer Majestät, bleibt hier in Sicherheit. Ich werde Anakin zu meinem Padawan-Schüler machen. Oh, da ist er hier die Tempel. Geht mit der Königin nach Nabu und lüftet das Geheimnis der Sith. Ungewiss, die Zukunft des Jungen ist. Hm. So, wo soll ich jetzt nochmal hin? Denkt ihr wirklich, wir können Boss Nass dazu bereden, uns zu helfen, eure Hoheit? Achso, ich muss jetzt... Das ist ja wieder ganz hier. Ich bin überzeugt, dass wir es können. Okay, so, ich muss jetzt um Hilfe bitten, und zwar diesen Boss Nass. Das ist doch der von Jaja, ne, der Boss. Ähm, und muss dazu nach Otokunga. Gunga, okay. Äh, Landeplattform Nord, bitte. Okay. Ah, der speichert dann immer. So, Senatsbezug, Taxistand, okay. Ja. Aber ich komme mir jetzt hier irgendwie falsch vor. Ist der Boss Nass nicht irgendwie, äh... Achso, ich muss im anderen. Ah, ich muss im anderen Taxistand. Alles klar. Nein, danke. Achso, ich muss hier. Ja, ja, natürlich. So, äh... Reisen. Genau, nach... Paonga See. Oh, mein Lieblingslade, bitte schon. Oh, mein Lieblingslade, bitte schon. Ach, da ist doch wieder die liebe kleine Padme. Ach, da ist doch wieder die liebe kleine Padme. Ja, hier ist es... Ist da vorne ein Stein? Ein blauer? Was ist denn das da hinten? Ich sehe das jetzt nicht. Hab meine Brille nicht auf. Nee, ich glaube, das ist kein Stein, oder? So, jetzt müssen wir ja wieder eine Runde tauchen, ne? Wirklich nach Kunga... Äh, was? Kunga City reisen? Ja. Ah, ah, neun Frachter? Okay. Zielsysteme. So. Alles klar. Qui-Gon Jinn. Super hin. Ja, hier gibt es auch noch so viel an Geheimnisse zu lüften, denke ich. Aber das machen die jetzt nicht. So, jetzt hier lang, ja. Ja, stimmt. Hier ist auch niemand. Wurden Sie gefangen genommen? Vielleicht. Vielleicht sind Sie auch geflohen. Na klar! Kunga ist versteckt! Denn in Schwierigkeit gehen an Heiligenplatz. Mechanik, Sie dort nicht finden! Kommt! Okay. Jaja, wir kommen. Ach Gott, hier wieder rennt. War das jetzt so gewollt, Jaja? Dass du erst mal runterhüpfst und dann wieder rauf? Ja. So, dann rennen wir den kleinen Kerl mal hinterher, würde ich mal sagen. Ich denke, es ist niemand hier. Oh, hallo! Ja, ja. Piep, piep, blub, blub und so. Genau. Jaja, ich komme. Millenniumfalke-Episode. Hier drüben. Mich Sie geheimen Eingang gefunden. Wir, Sie brauchen Geheimschlüssel. Für Heiligenplatz. Mich Sie weiß, Schlüssel ist hier irgendwo. Okay. Oh, Entschuldigung, Scheiter. Achso, kann ich das nicht kaputt machen? Ach, er macht da was dran. Hier, bitte sehr. Hm. Aber heftig, Futschi. Ihr seht reparieren und Heiligenort betreten. Ah, okay. Ah, das ist aber ein riesiger Schlüssel, hä? So, dann ergreifen. Das nennt man dann wohl Köpfchen. Mich Sie sicher, Boss, nach hier sein. Ja, cool. Ein kleiner Geheimgang. Erstmal wieder alles kaputt machen. Uh, nee, das geht nicht kaputt. Okay. Gut, dann ihm nicht. Oh. Okay. Man muss ja hier so aufpassen, weil ständig ist jemand verkleidet. Beziehungsweise gedubelt. Ach, nee, hier ist doch, hier ist doch, hier ist doch, hier ist doch die kleine Padme. Das ist nur der Dubel da, ne? Der Dubel da. Ja, okay, Geschichte fortsetzen. Wir sehen das jetzt. Ich bin Königin Amidala. Nein. Ich bin Königin Amidala. Ich bin Königin Amidala. Nein. Ich bin Königin Amidala. Dobraquikuni Amidala. Uteni. Ich bin Königin Amidala. Ich bin... Ich bedauere dieses falsche Spiel, aber ich musste mich schützen. Wenn wir nicht schnell handeln, wird das auf immer verloren sein. Ich flehe euch an, uns zu helfen. Vielleicht wirst du werden Freunde. Gehen wir zurück zum Palast. Wir müssen ihr Kontrollschiff angreifen und den Vizekönig stellen. Okay. Die Bunggans werden ihren Teil tun. Aber wenn der Vizekönig entkommen sollte, kehrt er sicher mit einer weiteren Droidenarmee zurück, eure Hoheit. Deshalb müssen wir sofort nach Seed und den Palast zurückerobern. Was kann ich tun? Ich will auch helfen! Du kannst uns helfen, indem du dich versteckst und am Leben bleibst. Das klingt nicht sehr hilfreich. Ach, Kinder halt, ne? Immer das Gleiche mit denen. So, wo muss ich jetzt hin? Hier ist mir jetzt eindeutig zu viel los. Also, wir müssen jetzt... Achso, ich soll jetzt ein Speeder. Übernehmen den Speeder? Ja, okay. Hier rät gelangweilt aus. Ja. Komm her, erfahr was Neues. Aha. Level starten? Ich habe keine Ahnung... Ahnung. Ob ich jetzt hier richtig bin? Ja, sieht so aus, ne? Er ist der King. Er ist eindeutig der King. Dort wird er sicher sein. Der Vizekönig ist vermutlich im Thronsaal. Aber... Das ist mein Schiff! Ja, die ist klar. Ja, die ist klar. Oh, jetzt geht's auf zum Kampf, meine Lieben. Mit Darth Maul. Sei wachsam. Und denke an deine Ausbildung, Obi-Wan. Okay. Äh... I have Angst. Ja. Was? Ja? Anheben? Wie soll man das denn machen? Was? Ja, zwei? Ach so. Alles klar. Alles klar, alles klar. Ich habe ihn getroffen. Ah, er hat mich... Er hat mich... Lass mich los, Junge. Das hättest du dir so gedacht, ne, Mister? Oh. Los, mach! Ja, perfekt. Oh Gott. Er hat mich immer diese Kämpfe Liebe, du. Wo rennt denn der schon wieder hin? Wir haben Gesellschaft! Ach, das kriegen wir hin. So, erledigt. Also hier geht es wieder eine Menge Steine zusammen, um den Jedi-Status zu kriegen. Oh. Hoppala. Nicht runterfallen. Da haben wir noch was. Oha. So, wartet mal. Ich gehe mal nochmal nach vorne. Oh. Ah, okay. Ja. Ne, okay, das geht hier nicht. So, erst mal alles zerstören. Ach, herrlich. Ist das schön. Ah, da steht noch was. Uh. So. Ah, hier kann man wieder was machen. Glaube ich. Ja. Ich hoffe nur, ich kriege keinen Stromflag. Das wäre ja echt fatal. Ach, guck mal, wer da drüben ist. Das sind doch die Andro... ...Kar oder so ähnlich. Guck. Ich weiß nicht, vielleicht... Ich weiß jetzt nicht, was das Raul gerade macht. Macht er da Kampfübungen? Ja, guck mal. Ja, er wählt da mit seinem Schwert rum. Was war denn das gerade? Wo ich gerade irgendwie... Na, sag mal. Wie, kriege ich keine Steine mehr? Hey. Auf der. Na gut. Geh wieder zurück. Ach ja, Dachmaul. Komm, aber diesen Bereich, da machen wir noch da drüben, ja? Den machen wir noch. So. Nice. Das macht richtig Spaß. Ach ja, das Spüren ist doch was Schönes. So, was haben wir denn hier? Okay, hier kriege ich aber wieder Steine. Oh. 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 Na, hier sollte ich wahrscheinlich nicht runterfallen. Okay. Hoppala. Hoppala. So, was haben wir denn hier Schönes? Weg damit. Oh. Oh, eins von fünf. Alles klar. Was auch immer das jetzt war. Okay. Ja, ja, ich laufe ja wieder zurück. Alles gut. Ach so, ich muss sogar hierher. Ach so. Na gut, meine Lieben. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye. Bye.